Alfter ist eine Gemeinde im Rhein-Sieg-Kreis im Süden Nordrhein-Westfalens am westlichen Stadtrand von Bonn. Geografie Die Gemeinde Alfter liegt unmittelbar westlich der Bundesstadt Bonn am südlichen Rand des Vorgebirges. Sie grenzt im Norden an die Stadt Bornheim, im Osten an die Stadt Bonn, im Süden an die Städte Meckenheim und Rheinbach und im Westen an die Gemeinde Swiss-Tal. Alfter umfasst eine Fläche von etwa 35 Quadratkilometer, davon 18 Quadratkilometer landwirtschaftliche Nutzfläche und 8 Quadratkilometer Wald. Die höchste Erhebung liegt nahe dem Dickbaumskreuz in der Ortschaft Witterschlick mit 174,5 Meter Ü. In HN der niedrigste Punkt liegt in der Gemarkung am Neuen Weiher mit 52,5 Meter Ü. In HN, durch Alfter fließen der Alfterer Bornheimer Bach und der Hartbach mit zahlreichen Zuflüssen. Gemeindegliederung Die Gemeinde besteht aus den fünf heutigen Ortsteilen Alfter mit Birrekoven und Ohlsdorf, Gielsdorf, Ödekofen, Impekoven mit Rammelshofen und Nettekofen sowie Witterschlick mit Vollmasshofen und Hedgen. Die Ortschaft Alfter wird erstmals 1067 urkundlich erwähnt. Sie führte damals den Namen Alvetra. Später hieß der Ort Hallichter Alftera bzw. Alfter. Bis 1969 war Alfter eine selbstständige Gemeinde mit den Ortsteilen Birrekoven und Ohlsdorf. Zu Alfter gehörte der untergegangene Ort Pelz, der nur noch im Straßennamen Pelzstraße fortbesteht. Zeitweise gehörte auch Reusdorf zur Herrlichkeit Alfter. Seit 1969 ist Alfter Ortsteil der Gemeinde Alfter. Mit 8.875 Einwohnern ist er der größte Ortsteil der Gemeinde. Eine Hangmotte genannte Erdwallanlage. Eine ehemalige Flieburg befindet sich zwischen der Straße Görreshof im Süden und dem Buchholzweg im Norden. Die Burg Alfter stammte aus dem 12. Jahrhundert. Ab 1188 war mit dem Anwesen des Kurkölnische Erbmarscher Land verbunden. Im 15. Jahrhundert kam sie in den Besitz der Familie Samreiferscheidück. Nachdem die Burg 1468 durch Brand zerstört wurde, erhielt das Schloss Alfter im 18. Jahrhundert seine heutige Gestalt. In nächster Nähe zum Schloss steht die katholische Kirche St. Matthäus sowie ein Gebäude, das nach der Grundschule seit 1992 die öffentliche Bücherei seingt, Matthäus beherbergt und ein Fachwerkhaus dessen Geschichte bis in das 17. Jahrhundert zurückgeht. Der jüdische Friedhof an der Grenze zu Bornheim wurde laut Gedenkstein erstmals 1719 urkundlich erwähnt. Die jüdische Gemeinde in Alfter ist durch das Naziregime ausgelöscht worden. Alfter hat 1949 die Pflege des Friedhofs übernommen. Er steht seit 1987 unter Denkmalschutz. Inzwischen mit Alfter zusammengewachsen sind die kleineren Ortschaften Birrekoven und Ulsdorf, die beide nie selbstständig waren. Birrekoven liegt im Südwesten Alfters nahe Gielsdorf. Zwischen diesem und Birrekoven liegen der Millbach und einige Felder. Birrekoven hat eine eigene kleine Kapelle. Zu Ulsdorf gehört der oberhalb auf der Ulsdorfer Heide gelegene Johanneshof. Der Johanneshof war ein großer Bauernhof, der von Halfen bewirtschaftet wurde. Heute ist der Sitz der Alanos-Hochschule. Ulsdorf wurde in früher Zeit auch als Dorf geschrieben. Der am Vorgebirgshang gelegene Ort mit 1979 Einwohnern war ursprünglich von der Landwirtschaft geprägt, bis Anfang des 20. Jahrhunderts auch vom Weinbau. In der Ebene an der Grenze zu Bonn findet man noch heute Gemüseanbaubetriebe. Der in der Vergangenheit für das Vorgebirge charakteristische Obstbau ist nahezu ganz untergegangen. Insbesondere die ehemaligen Weinberghanglagen Gielsdorfs wurden in großem Umfang gebaut. Im Ortskern finden sich neben der katholischen Pfarrkirche Sankt Jakobus einige schöne Fachwerkhöfe. Hierzu zählt unter anderem der ehemalige Hofe des Kurfürsten, auf dem dessen Stadthalter lebte. An der Stelle des Stadthalterhofes befand sich früher die Burg Gielsdorf, ein kölnisches Lehen der Grafen von Zein. Unterhalb der Kirche liegt der Zehnthof als ursprüngliche Besitzung des Bonner Stiftes Sankt Cassius. Dieser ist seit Jahrhunderten im Adelsbesitz unter anderem der Familien von Grote, von Siasdorf und von Geyer. In Gielsdorf sind ein Musikverein, ein Junggesellenverein, eine Löschgruppe der Freiwilligen Feuerwehr, die Gielsdorfer Mühnen und der Trägerverein Dorf-Gemeinschaftshaus Gielsdorf beheimatet. Ödekofen Hauptartikel Die bis 1969 selbstständige Gemeinde Ödekofen ist mit 5730 Einwohnern der drittgrößte Ortsteil der Gemeinde Alfter. Der ursprünglich landwirtschaftlich geprägte Ort ist in erster Linie Wohnort in unmittelbarer Nähe zur Stadt Bonn. Impekoven ist ein Ortsteil der Gemeinde Alfter mit 2327 Einwohnern. Bis zur kommunalen Neugliederung im Jahre 1969 war Impekoven eine eigenständige Gemeinde. Letzter Bürgermeister von Impekoven war Karl Schumann. Impekoven ist Standort der katholischen Kirche Sankt Marie Heimsuchung und der Freiwilligen Feuerwehr. Seit 2000 ist Impekoven durch zahlreiche Neubaugebiete gewachsen. Zu Impekoven gehören die Ortsteile Rammelshofen und Nettekofen. Rammelshofen entstand aus dem Weiler der Burg Rammelshofen. Im unteren Teil von Impekoven ist das Gewerbegebiet beheimatet, das die Firma Robens, die Firma Kalnick und mehrere Grafik- und Werbefirmen beheimatet. Nach 36 Jahren Auszeit zieht seit dem Jahr 2009 wieder ein Karnevalszug durch Impekoven. Der eigens dafür gegründete Karnevalsausschuss Impekoven 2009 organisiert den Karnevalsumzug mit anschließender After-Zog-Party am Samstag vor dem eigentlichen Karnevalswochenende. Hauptartikel Der Ortsteil Witterschlick liegt im südlichen Teil der Gemeinde und ist mit 6053 Einwohnern der zweitgrößte Ortsteil. Witterschlick wurde bereits in der Vergangenheit nach der Entdeckung von Tonvorkommen in der Umgebung industrialisiert. Hauptartikel Vollmarshofen-Heidgen ist der südlichste Ortsteil der Gemeinde Alfter. Dieser Ort wird verwaltungstechnisch zum Ortsteil Witterschlick gezählt. Vollmarshofen-Heidgen hat aber immer sein eigenes Vereins- und Kulturleben behalten. Geschichte Funde belägen, dass die Gegend um Alfter seit der Jungsteinzeit besiedelt ist. Ebenso war das Gebiet in fränkischer und römischer Zeit besiedelt. Seit der Römerzeit waren die Orte des Vorgebirgshanges ein wichtiges Weinanbaugebiet. Bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts wurde vornehmlich Spätburgunder angebaut. Die erste urkundliche Erwähnung des Ortes Alfter stammt aus dem Jahr 1067, die von Impekoven aus 1171 und die von Gilsdorf aus den Jahren 801 bis 814. Landesherrlich war das heutige Gebiet der Gemeinde Alfter Teil des Kurfürstentums Köln. Der Ort Alfter gehörte zur Herrlichkeit Alfter, die im Besitz der Grafen von Salm Reiferscheid war. Gilsdorf gehörte zum Dingstuhl Gilsdorf. Oedekofen zum Dingstuhl Duisdorf Witterschlick zum Dingstuhl Godesberg. Nach der Imbesitznahme des linken Rheinufers durch französische Revolution Struppen und der Einführung neuer Verwaltungsstrukturen wurden die Ortschaften der Mary Oedekofen zugeordnet, die zum Kanton Bonn externe im Rhein-Mosel-Departement gehörte. Reusdorf kam zur Mary Waldorf. Unmittelbar an der nördlichen Grenze von Alfter verlief damals die Grenze zum RUR-Departement. Nach den auf dem Wiener Kongress getroffenen Vereinbarungen kam die Region zum Königreich Preußen. Die Mary wurde in die Bürgermeisterrei Oedekofen im Landkreis Bonn überführt, zu der auch die Bonner Ortsteile Buschdorf und Lessenich-Messdorf gehörten. Die Bürgermeisterrei Oedekofen ging 1937 im Amt Duisdorf auf. Die Gemeinde Alfter entstand am 1. August 1969 im Zuge der kommunalen Gebietsreform aus den ehemals selbstständigen Gemeinden Alfter, Abgilsdorf im Pekofen, Oedekofen und Witterschlick. 1973-74 erhielt die neu gebildete Gemeinde Alfter ein neues Rathaus, das nach Entwürfen der Planungsgruppe Stihldorf an einem leichten Osthang als dreiflügelige, verglaste Bauanlage in Stahlbetonskelettbauweise entstand. Zum Zeitpunkt der Errichtung befand es sich auf unbebautem Gelände östlich von Oedekofen. Einwohnerentwicklung 1 Erhebung jeweils zum 31. Religion Bis in das 19. Jahrhundert war die Bevölkerung fast ausschließlich römisch-katholisch. Lediglich im Ort Alfter gab es eine kleine jüdische Gemeinde. Ursprünglich gab es nur die katholischen Pfarreien Alfter und Witterschlick. Im 20. Jahrhundert wurden auch Gilsdorf und Oedekofen selbstständige Pfarreien. Gilsdorf und Oedekofen hatten zuvor der Pfarrei Lessen nicht angehört. Inzwischen bilden die Pfarreien Alfter, Witterschlick, Gilsdorf, Oedekofen mit Impekoven und Vollmasshofenheitgen die Pfarreiengemeinschaft Alfter. Seit 2007 besteht die Evangelische Kirchengemeinde am Kottenforst mit der Jesus-Christus-Kirche, die bereits 1962 erbaut wurde. Alfter ist der 3. Pfarrbezirk der Evangelischen Kirchengemeinde Vorgebirge, zu der auch Bornheim und Hemmerich gehören. Die Kirchen in den Orten sind charakteristisch und stellen Sehenswürdigkeiten dar. Außerdem gibt es in Witterschlick eine muslimische Gemeinde. Kirchen in Alfter, Sankt Matthäus in Alfter, Sankt Jakobus in Gilsdorf, Sankt Maria Himmelfahrt in Oedekofen, Sankt Maria Vermielung in Oedekofen, Sankt Maria Heimsuchung in Impekoven, Sankt Lambertus in Witterschlick, Sankt Maria Hilf in Vollmasshofenheitgen, Jesus-Christus-Kirche in Witterschlick. Kirche im Evangelischen Gemeindezentrum in Alfter, Politik. Der Gemeinderat ist die kommunale Volksvertretung der Gemeinde Alfter. Über die Zusammensetzung entscheiden die Bürger alle fünf Jahre. Die letzte Wahl fand am 25. Mai 2014 statt. 2009 wurde Rolf Schumacher als hauptamtlicher Bürgermeister gewählt und 2014 im Amt bestätigt. Erste stellvertretende Bürgermeisterin ist Luise Wichert, zweiter stellvertretender Bürgermeister ist Bruno Schmidt. Folgende Ortsvorsteher wurden in der Sitzung des Rates am 17. Juni 2014 gewählt. Bürgermeister Heinrich Ahrens 1969-1989, Bärbel Steinkämper 1989-1997, ehrenamtlich 1997-2009, hauptamtlich. Rolf Schumacher seit 21. Oktober 2009. Gemeindedirektoren Johannes Janssen 1969-1970 Beauftragter für die Aufgaben des Gemeindedirektors 1970-1976, Gemeindedirektor Norbert Lindenborn 1976-1989, Bodo Kerstin 1989-1997. Nach dem Ausscheiden Kerstins aus dem Amt wurde das Amt des Gemeindedirektors in Eifter abgeschafft. An die Stelle trat die hauptamtliche Bürgermeisterin. Eifter unterhält Partnerschaften mit dem französischen Chateauneuf-SUR Charente im Departement Charente und dem brandenburgischen Belitz. Kultur und Sehenswürdigkeiten Auf dem Gebiet der Gemeinde Eifter sind 121 bauliche Anlagen oder Teile baulicher Anlagen als Baudenkmal nach dem Denkmalschutzgesetz Nordrhein-Westfalenz ausgewiesen. Sie sind in der Denkmalliste der Gemeinde Eifter eingetragen. Zu den Bodendenkmälern in Eifter gehören die Alte Burg und die Abschnittsbefestigung Witterschlick. Siehe auch Liste der Baudenkmäler in Eifter, Fachwerkhaus Hertersplatz 13, Liste der Bodendenkmäler in Eifter, Liste der Stolpersteine in Eifter, Jüdischer Friedhof, Friedensweg Eifter-Reusdorf, Herrenhaus Buchholz. Im Gebiet der Gemeinde liegen die Naturschutzgebiete Dürrenbruch, Kottenforst, Waldfille und Tongrube Witterschlick. Der Naherholung dienen der Naturpark Rheinland, der teilweise auf Eifterer Gebiet liegt, mit der Vill und dem Vorgebirge. Größere offene Wasserflächen gibt es in Eifter nicht, dafür ortsnahe innerörtliche Parks mit kleinen Wasserflächen. Gespeist durch den Eifterer Bornheimer Bach bzw. seine Zuflüsse. Alfter gehört zu den Gemeinden, die im Grünen Zee zusammengeschlossen sind. Mit dem Wegnetz, den Stationen und anderen Elementen des Grünen Zee wurde versucht, weitere Elemente der Naherholung zu schaffen. Darüber hinaus gibt es folgende Erlebniswege Kunst- und Kulturlandschaftspfad Streuobst, Kulturerlebnisweg Alfter, Kulturerlebnisweg Witterschlick. Der Badminton-Club Witterschlicki, V. ist ein Badminton-Verein mit etwa 80 Mitgliedern. Er wurde 1979 gegründet und gehört dem Badminton-Landesverband NRWE-V an. Bis 1981 hatte der BCW seine Spielstätte in der Mehrzwecksporthalle Vollmasshofen. Folgend wurden das Training und die Wettkämpfe in die damals neu gebaute Dreifachdornhalle nach Ödekofen verlegt, wo der Verein bis heute mit seinen Mitgliedern trainiert. In der Vergangenheit wurden Mannschaften für die Bezirksliga und Bezirksklasse sowie Kreisliga und Kreisklasse aufgestellt. Aktuell ist der BCW mit seinen Senioren in der Kreisklasse und mit seiner Jugend in der Bezirksliga vertreten. Einer der Fußballvereine der Gemeinde, der VfL Alfter, spielt in der Mittelrheinliga, der höchsten Liga des Fußballverbandes Mittelrhein und der fünfthöchsten Spielklasse in Deutschland. Die zweite Mannschaft des VfL Alfter spielt in der Kreisliga B der zweithöchsten Spielklasse im Fußballkreis Bonn. Der Sportplatz der Ortschaft Alfter, das sogenannte Waldstadion, befindet sich wie die Alanus-Hochschule auf dem Vorgebirgsberg am Strangheitgesweg. Auf dem ehemaligen Tennentplatz wurde im Sommer 2008 ein Kunstrasen verlegt. Weitere Fußballmannschaften gibt es in Ödekofen und SV Germania im Pekhoven, Witterschlick und in Vollmasshofen-Heidgen. Alle Vereine spielen auf Kunstrasenplätzen. Der Tennisclub Alfter nimmt an den Mannschaftsmeisterschaften des Tennisverbandes Mittelrhein teil. Der TTC Blau-Weiß Alfter E.V. ist einer der ältesten Tischtennisklubs des westdeutschen TT-Verbandes. Er entstand 1946 aus Mitgliedern des Schützenvereins, deren junge Mitglieder aufgrund des Nachkriegsschießverbotes ein neues Betätigungsfeld suchten. Seitdem nimmt der TTC Alfter am Spielbetrieb des westdeutschen Tischtennisverbandes mit Damen-, Herren-, Jugend- und Schülermannschaften teil. Weitere Tischtennisklubs gibt es in Ödekofen und Witterschlick. Der Sportverein Alfterer Sportclub verfügt über Volleyball, Leichtathletik, Radsport, Breitensport und Walking-Abteilungen. Zudem gibt es seit 1970 noch den Alfterer Judo-Club. Salatsanbau in Alfter Alfter liegt in einem klimatisch und geologisch begünstigten Gebiet, sodass viele Sorten Salat, Kräuter und Gemüse wie auch Erdbeeren und Rhabarber gut gedeihen. Insbesondere der Alfterer Spargel war schon frühzeitig überregional bekannt und gefragt. Spargel in allen denkbaren Varianten ist deshalb in der Saison Bestandteil der Speisekarten der örtlichen Restaurants. Zu den Alfterer Spezialitäten zählt auch der Rebellenblut genannte Brombeerwein. Wirtschaft und Infrastruktur Alfter verfügt mit einer durchschnittlichen Kaufkraft von 23.900 Euro über die siebthöchste Kaufkraft im Rhein-Sieg-Kreis. An der Vorreifelbahn auf der DS-Bahnlinie 23 verkehrt, befinden sich mit Witterschlick und im Pickhofen zwei Haltepunkte im Gebiet der Gemeinde Alfter. Im Hauptort liegt der Haltepunkt Alfter-Alanos-Hochschule der Vorgebirgsbahn, wo die Linien 18 und 68 des Stadtbahnnetzes Rhein-Sieg verkehren. Weiterhin verkehren in Alfter Linienbusse der Regionalverkehr Köln und SWB Bus und Bahn. Alfter gehört zum Tarifgebiet des Verkehrsverbundes Rhein-Sieg. An das Fernstraßennetz ist die Gemeinde Alfter über die Bundesautobahnen 565 und 555 sowie die Bundesstraße 56 angebunden. Durch Alfter verlaufen die Landesstraße 113 sowie die Kreisstraßen 512 und 12N. In Alfter waren am 1. Januar 2012 14.448 Kraftfahrzeuge zugelassen, davon 12.272 pkw. Ansässige Unternehmen Gartenland Alfter. Im Ortsteil Ödekuffen befindet sich der Hauptsitz des 1931 in Alfter Holzgasse. Gegründeten Baustoff-Großhandelsbetriebes-Baustoff-Fassbender-Tenten, dem inzwischen größten Baustoffhändler in der Region Bonn. Im Ortsteil Alfter hat die Brombeerweinkeller Eirebellenblut ihren Firmensitz. Im Übrigen ist Alfter landwirtschaftlich geprägt. Rund die Hälfte des Gemeindegebietes ist landwirtschaftliche Nutzfläche. Eine Vielzahl landwirtschaftlicher Kleinbetriebe erzeugt neben Salat, Gemüse und Kräutern auch Schnittblumen. Alle Ortsteile verfügen über öffentliche Büchereien. Öffentliche Bücherei Sankt Matthäus Alfter als Stadtbücherei in kirchlicher Trägerschaft und Mitglied der Online-Reihen Sieg. Katholische öffentliche Bücherei Sankt Jakobus-Gelsdorf. Katholische öffentlichen Bücherei Sankt Maria Himmelfahrer Ödekofen. Katholische öffentlichen Bücherei Sankt Lambertus Witterschlick. Katholische öffentliche Bücherei Sankt Maria Hilf Vollmershofen-Heidgen. Am Herren Wingert steht ein öffentlicher Bücherschrank. In Alfter hat sich ein Freilicht-Wandertheater etabliert. Freilichtbühne Alfter, Mitglied im Verband Deutscher Freilichtbühnen. Exponate und Veranstaltungen zur Ortsgeschichte gibt es im Alfterer Haus der Geschichte, das sich selbst als Regionalmuseum bezeichnet. Tageseinrichtungen für Kinderkita an der Anna Schule, Kindertagesstätte Rasselbande, Katholische Kindertageseinrichtung Sankt Matthäus Alfter, Elterninitiative Hüppekästchen E, V, Kindertagesstätte. Evangelische Matthias Claudius Kindertagesstätte, Waldorf Kindergarten Sonnenblume, Katholische Tageseinrichtung für Kinder Sankt Jakobus, Katholische Tageseinrichtung für Kinder Sankt Maria Himmelfahrt, Elterninitiative Fröbel Kindergarten Alfter E, V, AVO Kindertagesstätte Sonnenblume, Elterninitiative AVO Kindergarten Sterntaler, Katholische Tageseinrichtung für Kinder Sankt Maria Heimsuchung. Katholische Tageseinrichtung für Kinder Sankt Lambertus, Evangelischer Kindergarten Witter Schlick, AVO Kindergarten Bundstift, Bilinguale Kindertagesstätte Trigenium S. Deinituts, Elterninitiative Waldorf Kindergarten, Kindertagesstätte Purzelbaum, Schulen Anna Grundschule Alfter, Freie Christliche Grundschule Bonn Rhein-Siegkreis, Gemeinschaftsgrundschule Ödekofen, Gemeinschaftsgrundschule Witter Schlick, Hauptschule Ödekofen, Vorgebirgsschule, Förderschule des Rhein-Siegkreises mit dem Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung Alfter, Schule an der Wicke, Förderschule des Rhein-Siegkreises mit dem Förderschwerpunkt Sprache Gelsdorf, Waldschule, Förderschule des Rhein-Siegkreises mit dem Förderschwerpunkt Emotionale und Soziale Entwicklung Witter Schlick, Weiterbildungseinrichtungen Alanos Hochschule für Kunst und Gesellschaft Alfter, Volkshochschule Bornheim Alfter, Persönlichkeiten, Söhne und Töchter der Gemeinde Erich Linden, Bildhauer und Maler in Aachen, Wilhelm Maucher, Friedenskämpfer und Brombeer-Weinproduzent, Wilhelm Weber, Politiker, Landtagsabgeordneter, Johann Gimnig Bürgermeister der selbstständigen Gemeinde Alfter von 1960 zu 1969, Sandra Roth, Autorin, Persönlichkeiten, die in Alfter gewirkt haben, Johanna Elberskirchen, lebte von 1905 bis 1909 in Alfter und schrieb dort Bücher zur Gesundheit von Kindern, Rudolf Taut, baptistischer Theologe, Rektor des Theologischen Seminars Hamburg, Präsident der Europäisch-Baptistischen Föderation und Vizepräsident des Baptistischen Weltbundes, Herbert Zimmermann, Rundfunkreporter, beerdigt auf dem Friedhof Witterschlick, Heinrich Ahrens, erster Bürgermeister der Gemeinde Alfter nach der kommunalen Neuordnung 1969-1990 Ehrenbürgermeister der Gemeinde Alfter, Klaus Hildebrandt, deutscher Historiker, lebt in Alfter, Alfred Wian, den Präsident des Fußballverbandes Mittelrhein, lebt in Alfter-Gielsdorf, Roger Wilhelmsen, aufgewachsen in Oedekofen, Ansgar Rix, Generalmajor der Luftwaffe, lebt in Alfter, Andreas Pinkwart, von 2005 bis 2010 Minister für Innovation, Wissenschaft, Forschung und Technologie und stellvertretender Ministerpräsident des Landes Nordrhein-Westfalen, lebt in Alfter, Marcelo da Weiger, brasilianischer Germanist, Rektor der Alanos-Hochschule für Kunst und Gesellschaft, Sabine Trinkhaus, Autorin, lebt und arbeitet als Bibliothekarin in Alfter, Sebastian Bachmann, deutscher Florett-Fechter, lebt in Alfter. Sebastian Bachmann, deutscher Florett-Fechter, lebt in Alfter,